zu meinem zweiten let's play von gta diesmal bin ich online unterwegs jetzt geht es endlich wieder nach diesem ganzen problem jetzt fange ich gleich an mit kopfgeld 9.000 dollar wunderbar wunderbar irgend so ein idiot fährt mir ins auto ah Schnee in Los Santos ist es nicht schön um die wege abzuquitzen nehme ich mein hubi fliegt mal rüber zum flughafen alles im griff so schnell rein in den G5 und dann gehts ab in die luft und vorher mal kurz check ob die Ruder alle in Ordnung sind nix eingefroren nix eingefroren so komm jetzt langt gib Gas ist schön dass man gar nix sieht halt nur weil es nacht ist sondern mit diesem blöden Schnee weiß gar nicht wo ich lang fliege hier ah lichter 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 küste küste drehen oh 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 der Berg ein bisschen überleben spielen in den Anden abstürzen hier in den Anden abstürzen hier ein bisschen überleben spielen weil Schnee auf der Kiste schon drauf ist in Kürze landen wir in Blaine County in Losandos mit anschnallen in Losandos mit anschnallen fast perfekt nehmen wir wieder den Hubi also mich wundert eigentlich dass die ganze Zeit mich noch gar keiner verfolgt um sich das Kopfgeld zu holen hm jetzt will ich mal eins ausprobieren nämlich mit habe ich gelesen dass man mit einem Schneeball so einen Lagen überfallen kann ich teste mal gleich mal aus oh die Scheibe kaputt ich habe nichts gemacht so einen Schneeball habe ich in der Hand ja der hat einen ah der nimmt ihn aus der Hand scheiße frage ich mich wie der das gemacht hat ein Ladensüberfall mit dem Schneeball wie soll das gehen ach ich höre schon die Cops ich höre schon die Cops wirf schon auf euch die Schneebälle wäre mir egal ne ha 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 oh jetzt muss ich weg hier jetzt muss ich weg ganz schnell bin ich kaputt schnell 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 meiner hinterher ne das wird knapp ich bekomme energie ich bin ich bin Stress machen Ich habe gelesen, es wird eine Spezialkiste abgeworfen, bis dann muss man sich die Zeit vertrödeln Ich sehe da nichts, das ist irgendwie Oh Mann, hey Scheiße, ist doch das Blub, 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 blub Ich bin schon raus, aber ich glaube, ich bin schon zu tief oder Es kommt noch Luft Das ist knapp, das ist knapp Ach, geschafft So, zurück an Land Gucken, links, rechts Gott, hey Hab ich schon nicht gesehen? Ja, mit der Karre Raus Der Knight Rider in Silver Ja, hier Ja, hier Ja, hier Ja, hier Hälfte Hälfte Menschen Boah, ich bin die Michaela Knight Gucken, wo ich mit Schneebällen Polizei rauslocken kann Boah Bumm 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 Das sind neun Schneebälle kann ich in die Hand n e nd nehmen Und dann muss ich Hehehe nachladen Ah, leer Ich glaube, da sind ein paar Steine zwischendrin. Ich guck mal, Sheriff an die Scheibe, vielleicht kommt der raus. Bing! Jetzt fersen Geld. Ich will da Schneebille. Schneeballschlacht. Die Oma. Schneeballschlacht. Vorbei. Oh Scheiße. Die Schneebille leer. Upp, gleich wieder Polizei. Hör drauf. So, die Spezialkiste ist abgeworfen. Jetzt gibt's die einen zusammen, bevor der andere Heli holt. Der ist nämlich noch einer auf dem Weg hierher. Oh Scheiße. Oh, das geht nicht mehr, das geht nicht gut. Nein, 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 nein. Oh, ich hab den Weihnachtsmann getötet. Der ist super geparkt. Kann man nicht sagen. Genau auf dem Ding drauf, ey. Bis ich weg bin, ist der wieder zurück. Und holt sich das. Ach, Scheiße. Das ist... Er schießt mit der Silvesterraketen nach mir. Natürlich hat er sich das Paket geholt, ne. Das Gerät alles außer Kontrolle. Ich seh's schon. Polizei. Gibt's nur eins. Handgranaten. Ich brauch Platz zum Fahren. Danke. Ohne Schneeketten. Oh. Polizei. Über. Polizei. Weg da, du Bauer. Ach... Das wird nix mehr. Jetzt schnell die Polizei. ach das ist doch scheiße man ich schau mal ab zurück meine höhle mal home ist mal kassel und verabschiede mich mal bis zum nächsten mal jedes feedback freue ich mich also haut rein bis zum nächsten mal